Das riesige Schwein, das hier in einer Küche in Ontario in Kanada steht, heißt Esther. Das Video zeigt, wie das mächtige Tier in der Küche seiner Besitzerin gefüttert wird. Und Esther hat eigentlich immer Hunger, Lieblingsessen, Früchte und Gemüse, Eis und Kuchen. Das Tier wiegt mittlerweile 294 Kilogramm, ungefähr so viel wie ein Eisbärweibchen. Als Frauchen das Riesenschwein kaufte, war es nur drei bis vier Pfund schwer. Der Verkäufer hatte es als Mikroschwein bezeichnet. Vier Jahre später sieht es allerdings alles andere als Mikro aus. Im Internet ist Esther mittlerweile ein echter Star, zumal das prächtige Tier meist schick angezogen ist.